Das 50-jährige Jubiläum, der Nebelhorn-Trophi. Gleich mit zwei aktuellen Olympiasiegern bei der Eisgala. Ein solches Programm hat es noch nie gegeben. Und damit ein herzliches Grüß Gott aus Oberstdorf. Olympiasiegerin Alina Sagitova. Den Traum vom Gold als 15-Jährige bereits verwirklicht. Zweitjüngste Olympiasiegerin aller Zeiten. Was für eine unglaubliche Karriere. Gold gab es für die Russen in der Rolle der Kittri aus dem Ballett Don Quixote. Die Moskauerin besticht aber nicht nur als prima Ballerina. Sie kann auch vamp. Ein Lederoutfit, das alle Rundungen betont. Und laszive Ausstrahlung, verführerische Blicke. Ganz schön sexy die Olympiasiegerin und Europameisterin, die letztes Jahr noch zu jung war, um bei den Großen zu starten. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Olympiasiegerin in jeglicher Hinsicht grandios. Was Alina noch fehlt, ist WM-Gold. Das will sie diese Saison holen. Applaus Untertitelung. BR 2018